Das Leonberger Dreieck ist ein Autobahndreieck in Baden-Württemberg in der Metropolregion Stuttgart. Es verbindet die Bundesautobahn 8 mit der Bundesautobahn 81. Beide Autobahnen verlaufen bis zum Kreuz Stuttgart gemeinsam auf einer Trasse, die entsprechend stark frequentiert ist. Geografie Das Dreieck liegt auf dem Stadtgebiet von Leonberg im Landkreis Böblingen. Es befindet sich etwa 15 Kilometer südwestlich von Stuttgart, etwa 50 Kilometer östlich von Karlsruhe und etwa 11 Kilometer nördlich von Böblingen. Auf der A8 trägt das Autobahndreieck die Anschlussstellen Nummer 49 und auf der A81 die Nummer 19. Bauform und Geschichte Der Verkehrsknotenpunkt wurde anfangs als sogenannte Trompete errichtet und blieb es bis Ende der 1990er Jahre. In den 1970er Jahren plante man eine Erweiterung zum Autobahnkreuz durch Verlängerung der Senkrecht auf die A8-Stoßenden A81 bis weiter nach Gerdring. Inzwischen wurde diese Planung aus ökologischen Gründen verworfen, in der Zeit danach wurde er dann auf Leonberger Dreieck umgetauft. Von den 1960er Jahren bis zum Ausbau 1988 galt der 1938 erbaute Knotenpunkt Deutschlands einzige Autobahnkreuzung als das gefährlichste Autobahndreieck in Deutschland. Bis 1998 war der Verkehr um das Leonberger Dreieck häufig behindert wegen seiner Bauform. Wegen der unzureichenden Kapazität des aus den 1930er Jahren stammenden Engelberg-Dunnels und wegen dessen steiler Zufahrtsrampen. Seit dem Umbau zum Dreieck und der Freigabe des sechsspurigen, nun rund achtmal so lang und flacher verlaufenden Engelberg-Basis-Dunnels im Sommer 1999 hat sich die Verkehrslage merklich entspannt. Dicht am Leonberger Dreieck liegt die Autobahnanschlussstelle Leonberg-Kost, die in die südöstlichen Rampen integriert ist. Die es in dieser Richtung verlassende Autobahnstrecke steigt sogleich merklich an, für sie wurden vier Fahrspuren eingerichtet. Baulich interessant sind die mehrfachen Einleitungen der einzelnen Fahrspuren in die jeweilige Zielrichtung. Die Lage und Einbindung der Anschlussstelle Leonberg-Kost ermöglicht erst teilweise das Fahrziel erneut zu korrigieren. Dennoch kommt es zu häufigen unnötigen panikartigen Spurwechselmanövern. Staukeimen wechseln LKW S von Stuttgart zu früh in die mittlere Spur nach Karlsruhe, obwohl weder der Ausfahrstreifen erreicht. Noch die fünfte Spur eröffnet wurde, die Abfahrt nach Karlsruhe wäre über die Auffahrrampe für Leonberg-Kost ebenfalls erreichbar. Die Fahrbahnmarkierung wurde längst dem Bedarf angepasst. Verkehrsaufkommen Das Dreieck wird täglich von etwa 220.000 Fahrzeugen befahren, damit zählt es zu den Frequenzstärksten in Baden-Württemberg. Das Dreieck wird täglich von 2.000 Fahrzeugen befahren, damit zählt es zu den Frequenzstärksten in Baden-Württemberg. Das Dreieck wird täglich von 2.000 Fahrzeugen befahren, damit zählt es zu den Frequenzstärksten in Baden-Württemberg.